Zum 1. Mai hatten Neonazis aus der Kurpfalz eine Demo mit Kundgebung in Speyer angemeldet. Der Versuch der Stadtverwaltung, diese zu verbieten, scheiterte. Das Demonstrationsrecht auch einer Neonazitruppe im Verbund mit der NPD wird hier höher bewertet. Das Speyerer Bündnis für Demokratie und Zivilcourage wollte ein solches Treiben nicht hinnehmen und hatte schon im Vorfind zu einer friedlichen Gegenkundgebung eingeladen. Gleich im Anschluss an die 1. Mai-Rede von Ministerin Lembke. Angeführt also von der Ministerin und OB Eger, zeigten viele Speyerer Flagge und machten deutlich, dass in der Domstadt kein Platz für Neofaschisten ist. Die Polizei hatte den Zug der friedlichen Gegendemonstranten an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße im Abstand von 50 Meter gestoppt. Nun hieß es auf den Demo-Zug der Neonazis warten. Axel Elfert als Versammlungsleiter hatte nun OB Eger Gelegenheit geboten, die Sicht der Stadt auf ein solches Nazitreiben kundzutun. Ein Kompliment an hier alle, die sich in der Stadt, und ich weiß, es ist nicht nur hier, sondern auch sonst in der Stadt verteilt, die sich aufgemacht haben, um zu zeigen, dass Nazis das rechtsextreme Gedankengut in Speyer kein gutes Pflaster hat. Soziale Themen aufgreifen und umdeuten, das war auch Neonazi-Masche an diesem 1. Mai. Dazu Eger. Subtilerweise tun sie das sogar, indem sie soziale Fragestellungen dazu nutzen, ihre rechtsradikalen Parolen zu verbreiten. Und das ist etwas, was wir in Speyer nicht tolerieren dürfen. Wir kommen, dass wir uns versammelt haben, um gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie und Zivilcourage für eine tolerante, weltoffene Stadt einzutreten, in der gerade kein Platz für rechtsradikales Gedankengut ist. Sie alle sind mir Beweis dafür, dass die demokratischen Kräfte dieser Stadt rechtsradikales und extremistisches Gedankengut hier nicht tolerieren werden. Wir leben in einer Stadt, deren Geschichte Toleranz der Völker und Religionen lehrt. Wir leben in einer Stadt, die von der Ökumene geprägt ist. Bischof und Kirchenpräsident haben ihren Sitz hier in Speyer. Bereits im Mittelalter hat eine flühende jüdische Gemeinde ihre Heimat hier gefunden. Die Stadt hat die Protestation erlebt. Kürzlich haben wir am Widostiftsplatz unter dem Namen Haus des Friedens, Beit Shalom, eine neue Synagoge eingeweiht. Und demnächst wird auch eine neue Moschee ihre Bestimmung übergeben. Speyer steht für Weltoffenheit. Und die Begegnung der Kulturen. Meldungen über gewaltsame Übergriffe auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger häufen sich. Gerade junge und perspektivlose Menschen lassen sich von den Parolen und Argumenten rechter Organisationen überzeugen und mitreißen. Hier sind wir alle aufgefordert, politische Aufklärungsarbeit zu leisten. Herr Oberbürgermeister, Sie hatten versucht, diesen Aufmarsch der Rechten zu verbieten. Das ist nicht gelungen. Sehen Sie das als Niederlage an? Ich sehe es nicht als Niederlage an. Wir hatten ja den Aufmarsch verboten mit, wie wir finden, guten Gründen. Und das Verwaltungsgericht hat zwar den Aufmarsch zugelassen, aber deutlich auch gesagt, dass die gewünschte Wegstrecke nicht zuzulassen ist. Wir konnten demzufolge dann anschließend eine andere Wegstrecke machen, weitere Auflagen erteilen, sodass ich mal jetzt sage, wir haben nicht gekriegt, was wir wollten, aber verloren haben wir auch nicht. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie gut besucht die Gegendemonstration ist, wie viele Menschen sich hier friedlich versammelt haben, um ihrer Meinung und ihrer Missbilligung gegen das extremistische Gedankengut Ausdruck zu verleihen. In Speyer selbst haben Neonazis mit ihrem Gedankengut keinen Platz. Und dann kamen sie doch. Als die Nazis passierten, machten Bürger lautstark ihrem Unmut über das rechte Treiben Luft. Nach Polizeiangaben marschierten ca. 300 Neonazis. Die, so war allerdings aus den Transparenten zu sehen, aus einem Umkreis von der Hinterpfalz bis weit ins Badische Reichtum. Offenbar ein gut organisierter Zusammenhalt in der Szene, aber ohne lokale Verankerung. Und so war der Spuck der Nazitouristen nach Einstieg und Weiterfahrt mit Ziel Mannheim dann auch zu Ende. Schon ein wenig lokalpatriotisch möchte ich meinen, bei uns ist kein Platz für Neonazis, nicht am 1. Mai und auch nicht zur anderen Zeit. Und das ist ein wenig lokalpatriotisch. Und das ist ein wenig lokalpatriotisch. Und das ist ein wenig lokalpatriotisch.